Ja, das kennt ihr sicher, wenn ihr beim Zahnarzt war. Ich war jetzt gerade beim Zahnarzt. Jetzt gibt es einen Dr. Best. Also jetzt ist Mittwochnachmittag, aber der wird jetzt aus aktuellem Anlass. Das ist ein Donnerstagskracher vom Olli aus der Dr. Best-Kategorie, damit sie auch noch kraftvoll zubeißen können. Das fühlt sich so komisch an. Der Rikobert kommt zum Zahnarzt und hat im Oberkiefer eine schwere Geschichte zu behandeln. Und er lehnt sich so nach hinten und der Zahnarzt bohrt und rutscht aus und versenkt den Bohrer volles Programm. Und er sagt, der Zahnarzt zum Rikobert, Herr Schmitz, entschuldige Sie, ich bin abgerutscht. Und er sagt, das macht nichts, Togauer. Sie hätten nicht gleich das Licht ausschalten müssen. Sie hätten nicht gleich das Licht ausschalten müssen.